Diese Länder haben das beste Essen der Welt. Der Reiseführer Taste Atlas lässt seine User immer wieder über kulinarische Angelegenheiten abstimmen. Es gibt alle möglichen Rankings, wie den besten Käse oder die besten Knödel. Auch hat der Reiseführer über die beste Küche der Welt entscheiden lassen. Da sind User auf der Plattform X nicht so überzeugt. Hier sind die Top 5. Dem 5. Platz belegt China. Knapp davor ist Portugal. Die Bronzemedaille bekommt Griechenland mit 4,64 von 5 möglichen Sterne mit Gerichten wie Musaka oder Gyros. Platz 2 geht an Japan mit Ramen, Wagyu oder Sushi. Und die beste Küche hat Trommelwirbel Italien. Japan und Italien haben beide 4,65 Sterne erreicht. Aber dann sollten ja beide erster Platz sein, oder? In diesem Fall gewinnt die Küche mit dem am besten bewerteten Gericht. Und da gewinnt die italienische Pizza. Online ist man nicht zufrieden mit diesem Ranking. Viele verstehen nicht, warum die indische Küche nicht unter den besten 5 ist. Ein User schreibt auf X, kaum zu glauben, dass Indien nicht unter den Top 5 ist. Jedes Land, das es schafft, vegetarisches Essen durchgehend gut schmecken zu lassen, hat eine Art von Nobelpreis verdient. Kurz zur Info, Österreich belegt den 36. Platz mit 4,34 von 5 Sternen. Das beste österreichische Gericht ist der Kaiserschmarrn. Was denkst du? Auf welchem Land kommt das beste Essen? Schreib es in die Kommentare. Schreib es in die Kommentare. die sie früher